Wer fotografiert bei Sonne mit Blitzen? Also ich versteh die Welt nicht. Macht man das in Russland? Hm? Macht man das in Russland? Ich weiß nicht, in Russland hat man keine Fotografie. Man muss das nicht reich. Doch, war da nicht Leica? Ist das nicht ein Fotoapparat, eine russische Marke? Hm. Ne, Leica war... Ne, was war... Leica war Ostdeutsch, glaub ich. Naja, auf jeden Fall sowjetisch. Aus der Zeit... Das ist wirklich krassend.